Hallo, es ist wieder soweit. Heute gibt es meine Jahresfavoriten 2020. Das heißt, ich zeige euch die Bücher, die mir von denjenigen, die ich letztes Jahr gelesen habe, am besten gefallen haben. Wie immer, es ist mir auch dieses Jahr nicht leicht gefallen, eine Auswahl zu treffen. Es gibt noch einige weitere Bücher, die ich an dieser Stelle nicht zeigen werde. Das sind ohnehin schon, ich glaube, 15, die ich auch absolut klasse fand und die ganz gewiss irgendwann in Zukunft in einem anderen Video nochmals erwähnt werden. Ich werde mich in diesem Video auch etwas kürzer fassen, es zumindest versuchen. Ich beginne mit den Romanen, dann gehe ich über zu den Sachbüchern, Memoiren, dann zu den Klassikern und zum Schluss gibt es eine Graphic Novel. Bei den Romanen zumindest gibt es dieses Jahr auch grob, wirklich ganz grob eine Reihenfolge. Angefangen mit tollen Büchern zu immer tolleren Büchern. Das erste Buch ist eines, das seinen Zauber für mich erst mit der Zeit langsam entfaltete und zwar die Entdeckung der Langsamkeit von Stenna Jolney. Das ist ein Roman über John Franklin. Franklin war Seefahrer und erforschte Anfang des 19. Jahrhunderts den Nordpol, unter anderem. Darüber hinaus hat Franklin nämlich noch eine ganze Menge gemacht und unglaublich viel erlebt. Es war ein wirklich sehr abenteuerliches Leben, das er führte und worüber ich so unglaublich gerne gelesen habe. Ich finde, das ist ein sehr spannender, biografischer Roman. Außerdem hat Nadolny in diesem Buch noch ein Thema in die Lebensgeschichte Franklins verbogen und zwar die Langsamkeit. Franklin ist in diesem Roman bei allem, was er tut, ausgesprochen langsam. Deswegen wird er insbesondere in seiner Kindheit von seinen Mitmenschen als unfähig zurückgeblieben, als Nichtsnutz abgestempelt. Was den anderen allerdings entgeht, sind die Vorteile, die Franklins Langsamkeit mit sich bringt, denn er ist alles andere als blöd. Es ist also zugleich auch eine Geschichte über und für das Innehalten, die Achtsamkeit. Ich mochte einfach diese Kombination auch unglaublich gerne. Auf der einen Seite die Erforschungstouren und all die Abenteuer und dann eben auch die Ruhe und die Bedachtsamkeit. Ich fand beides wunderbar, vor allem beides zusammen. Ein tolles Buch. Das nächste Buch ist eines, an das ich immer wieder mal zurückdenke und zwar Upstate von James Wood. Es geht hier um Ellen. Er hat zwei erwachsene Töchter. Ellen lebt wie er in England. Die andere Tochter, Vanessa, ist Philosophie-Professorin und lebt in Upstate, New York. Eines Tages dann erhält Ellen die Nachricht, dass Vanessa erneut in schwere Depressionen zu stürzen scheint. Ellen und Ellen machen sich sofort auf den Weg, reisen nach Upstate zu Vanessa. Bei der Zusammenkunft der Familie offenbaren sich für den Leser sehr fein die Wesenszüge der Figuren und auch die jeweiligen Verhältnisse der Figuren zueinander. Und diese Schilderung unter anderem fand ich so ausgesprochen schön. Die Art, wie sie sich verhalten, wie sie mit bestimmten Erlebnissen und Gefühlen umgehen, wie sie versuchen, sich erfolgreich oder erfolglos einander anzunähern. Grob zusammengefasst geht es in diesem Buch um Familie, Beziehungen, Verbundenheit, um das Leben. Hauptsächlich aber auch um die Frage, was es braucht, um Glück im Leben zu finden. Eine große, sehr individuelle und deswegen auch komplexe Frage, an die sich in diesem Buch, wie ich finde, aber sehr schön angenähert wird. Es ist ein feines, ruhiges Buch mit Tiefe. Ich fand es auch sehr stimmungsvoll und wirklich schön zu lesen, inhaltlich wie auch sprachlich. Es konnte mich einfach auf seine ganz besondere Art verzaubern. Das nächste Buch ist 100 Augen von Samantha Schweblin. Es geht hier um ein neues Produkt. Das nennt sich Kentucky und ist ein kleiner Plüschtierroboter mit Rollen zum Fortbewegen, außerdem auch einer eingebauten Kamera und Mikrofon. Für die Benutzung braucht es zwei Menschen. Einen, der diesen Kentucky bei sich zu Hause hat und einen, der sich den Zugang kauft und über das Internet diesen Kentucky steuert und entsprechend natürlich auf dem Bildschirm auch alles mitverfolgt. Man kann sich allerdings nicht aussuchen, mit wem man verbunden wird über diesen Kentucky. Es kann jeder Mensch irgendwo auf der Welt sein. Das bedeutet also, dass man durch dieses Spielzeug in die Privatsphäre eines Fremden eindringt beziehungsweise einen Fremden eindringen lässt. Auch wenn es erst einmal befremdlich oder gar gruselig klingen mag, es ist nicht alles schlecht oder böse, was hier passiert. Es ist immer ganz, ganz unterschiedlich. Denn wir lesen hier die Erlebnisse mehrerer Menschen auf der ganzen Welt mit einem solchen Kentucky. Und das fand ich richtig gut, denn dadurch eben legt die Autorin ganz verschiedene Szenerien und Möglichkeiten dar. Und durch diese verschiedenen Geschichten werden natürlich auch diverse Fragen aufgeworfen, was mir auch sehr gut gefiel. Es steckt also wirklich sehr, sehr viel in diesem Buch. Und ich fand es absolut lohnend, wenn man sich insbesondere für ein solches Gedankenexperiment interessiert, das gar nicht so abwegig, gar nicht so fern scheint. Ich fand es sehr stark. Das nächste Buch ist Amerikaner von Chimamanda Ngozi Adichie. Es geht hier um Efemelu, eine junge Frau, die in Nigeria aufwächst, dann in die USA auswandert. Wir begleiten Efemelu mehrere Jahre, wie sie in den USA eben versucht, Fuß zu fassen, wie sie sich dort ein Leben aufbaut. Anfangs eben mit den ganzen Schwierigkeiten und Herausforderungen als Auswanderin, aber auch mit dem Rassismus, den sie dort erlebt. Efemelu als Figur ist mir unglaublich ans Herz gewachsen. Ich fand sie sehr glaubwürdig mit all ihren Stärken und Schwächen. Wir lesen hier auch über ihr Berufs- und ihr Privatleben gleichermaßen. Und deswegen kam sie mir wohl auch so nahes. Er gab einfach ein wirklich wunderschönes, vollständiges Bild von ihr. Außerdem ist sie eine sehr scharfe Beobachterin und ihre Reflexionen insbesondere in Bezug auf Rassismus mit all seinen Abstufungen, Feinheiten, also wirklich die unterschiedlichen Arten von Rassismus, die sie dort erfährt, bringt sie so präzise und so verständlich und nachvollziehbar auf den Punkt. Das fand ich auch sehr beeindruckend, zumal mir manche Beobachtungen auch tatsächlich neu waren. Ich fand es sehr aufschlussreich. Gleichzeitig war es für mich auch ein sehr bewegendes, wie auch unterhaltsames Buch. Also es vereinte eigentlich im Grunde alles. Der nächste Liebling ist Mond über Manhattan von Paul Auster. Marco Fogg ist Student in New York. Als dann eines Tages sein Onkel, sein letzter Verwandter stirbt, fängt Fogg an, an sich selbst und dem Leben zu zweifeln. Es ist der Beginn einer sehr schweren Krise. Er wird immer antriebsloser, gerät finanziell in eine Notlage, wandelt zwischen Gleichgültigkeit und Resignation und landet schließlich auf der Straße. Nachdem er alles verloren hat, fasst auch schon sein Verstand, wendet sich dann aber das Blatt. Fogg findet eine Anstellung bei einem blinden alten Mann namens Mr. Effing. Fogg soll Effings Lebensgeschichte schreiben, als Nachruf. Je mehr Fogg allerdings über Effings Vergangenheit erfährt, desto mehr gerät Foggs Leben wieder aus der Bahn, wenn auch ganz anders. Fogg durchlebt ja eine tiefe und wirklich erschütternde Existenz- und Identitätskrise. Und dieser Verlust seiner selbst ermöglicht ihm erst eine Selbstfindung. Und ich fand es wirklich sehr spannend, über diesen ganzen Prozess zu lesen. Zumal es auch einige Parallelen, wie auch Unterschiede, gibt zu der Geschichte, die außerdem noch in dieser Geschichte steckt. Und zwar Effings Lebensgeschichte. Beides fand ich ausgesprochen interessant. Und es hat einfach wirklich Spaß gemacht, über ihre Entwicklungen zu lesen. Ich fand es unterhaltsam, ich fand es fesselnd und auch sehr tiefsinnig. Also es gibt einiges, was hier auch Nachhalt oder zum Nachdenken anregt. Und deswegen, ja, unglaublich, unglaublich gern gelesen. Das nächste Buch ist Alles ist möglich von Elizabeth Stroud. Ein Buch, das ich wirklich nicht leicht zusammenzufassen finde. Es ist die Geschichte der Bewohner einer Kleinstadt. Sehr viele Figuren also, die alle auf die ein oder andere Weise miteinander in Verbindung stehen, zumindest aber bekannt sind. Uns begegnet hier wirklich eine ganze Bandbreite ganz unterschiedlicher Typen. Jede Figur hat ihre ganz eigene Geschichte, ihr ganz eigenes Innenleben. Und deswegen werde ich auch nicht auf einzelne Figuren zu sprechen kommen. Stattdessen sage ich einfach nur, dass Stroud durch die Geschichte all dieser Individuen ein Bild von allem Menschlichen und Zwischenmenschlichen schafft. Unterm Strich sehnen sich eigentlich alle nach Zugehörigkeit, nach Liebe und nach Glück. Manchen gelingt es besser, manchen gelingt es nicht so gut. Manche stellen sich dabei selbst ein Bein, anderen werden Steine in den Weg gelegt und so weiter und so fort. Also steckt eigentlich wirklich das gesamte Leben, die gesamte Welt in diesem Buch. Und das schafft Stroud insbesondere durch ihre sehr, sehr scharfe Beobachtungsgabe, durch ihren Scharfblick. Der hat mich wirklich sehr stark beeindruckt. Ich denke, man muss dieses Buch wahrscheinlich selbst lesen, um wirklich zu verstehen, was Stroud hier schafft. Ich muss sagen, ich war positiv überrascht. Mir eröffnete sich erst nach und nach, was eigentlich alles in diesem Buch angesprochen und behandelt wird. Fand ich sehr beeindruckend. Hatte ich in dem Maße nicht erwartet und finde es toll. Ein weiterer Favorit ist die Sieben Tode der Evelyn Hardcastle von Stuart Turton. Das Ganze spielt auf dem Anwesen der Hardcastles. An dem Tag findet dort ein Ball statt. Am Abend aber wird die Tochter Evelyn ermordet. Ein Mann namens Aiden soll im Geheimen diesen Mord aufklären. Dafür wird er in eine Zeitschleife gesteckt. Das heißt, er erlebt immer und immer wieder den gleichen Tag, den Tag, an dem der Mord geschah. Außerdem schlüpft Aiden jedes Mal in die Haut eines anderen Gastes. Den Mord aufzuklären ist aber alles andere als leicht. Es gibt viele Enthüllungen und Entdeckungen oder vielleicht Täuschungen. Außerdem ist es auch nicht das Einzige, was es aufzuklären gilt. Ich fand die Geschichte unglaublich originell. Und ich finde auch, dass der Autor hier viele Aspekte wirklich richtig gut ausgearbeitet hat. Vor allen Dingen aber war dieses Buch für mich ein richtig toller Page-Turner. Ein Buch, das ich kaum aus der Hand legen konnte. Ich fand es so spannend. Es gab viele Wendungen und Überraschungen. Und ich war mir nie sicher, ob ich mit meiner Vermutung wirklich richtig liege. Die sich darüber hinaus auch einige Male geändert hat. Ich fand es unglaublich fesselnd. Sehr, sehr schön zu lesen. Ich fand den ganzen Plot wirklich richtig gut durchdacht und auch richtig gut umgesetzt. Also große Freude beim Lesen. Es geht weiter mit Offene See von Benjamin Myers. Das Ganze spielt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Robert hat gerade seinen Schulabschluss gemacht. Aber bevor er anfängt, unter Tage zu arbeiten, möchte er noch etwas erleben. Er beschließt, zu Fuß durch England zu wandern. Sein grobes Ziel, das Meer. Er zieht also los, arbeitet als Tagelöhner, ist viel in der Natur und übernachtet auch oft im Freien. Er lebt sozusagen in den Tag hinein und fühlt sich dabei auch immer freier und immer lebendiger. Eines Tages dann erreicht er ein abgelegenes kleines Cottage in der Nähe des Meeres und lernt die Besitzerin des Hauses kennen, Dulcy. Dulcy ist eine etwas ältere, aber sehr agile, vor allen Dingen auch sehr, sehr offene und kluge Frau, die schon sehr viel in ihrem Leben erlebt hat. Obwohl Robert bisher nie länger in einem Ort verweilte, bleibt er erst einmal bei Dulcy. Und zwischen den beiden entwickelt sich eine ganz besondere Freundschaft. Eine Freundschaft, die in beiden Figuren gleichermaßen etwas bewirkt und womöglich auch noch manches in etwas andere Bahnen zu lenken vermag. Die unkonventionelle Dulcy habe ich so lieb gewonnen. Sie ist ebenso taff, wie sie süß ist. Und mit Robert konnte ich einfach so gut mitfühlen. Seinen Freiheits- und vor allen Dingen auch Lebensdurst. Und ach, es war einfach wirklich so, so schön. Es ist letztlich ein Buch über Freundschaft, vor allen Dingen aber auch, wie ich finde, eine Liebeserklärung an das Leben. Und das Ganze auch ohne Sentimentalität und wahrscheinlich auch gerade deswegen hat es so einige Seiten in mir zu beschwingen gebracht. Ich fand es wirklich wunderschön. Und obwohl ich gestehe, dass es ja ein paar Mini-Kleinigkeiten gab, lediglich den Plot betreffend, die ich nicht umwerfend fand, hat es mich nicht im Geringsten gestört. Der Rest hat es mehr als nur wettgemacht. Also es war überhaupt eigentlich nicht der Rede wert. Ein wirklich wunderschönes Buch, das mich in vielerlei Hinsicht wirklich sehr berührt und bewegt hat. Wunderschön. Beim nächsten Schätzchen weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob alles ein Teil oder vielleicht auch gar nichts autobiografisch ist. Deswegen denke ich, eignet sich dieses Buch ganz gut als Übergang von den Romanen zu den Memoiren und zwar Weiß von Hang Kang. Die Ich-Erzählerin gedenkt hier ihrer verstorbenen älteren Schwester anhand der Betrachtung der Farbe Weiß. Es sind sehr kurze Kapitel, jedes Mal über etwas anderes, was weiß ist. Also beispielsweise Schnee oder Wolken, Knochen, ein Wickeltuch oder auch ein Totentuch. Und so befasst sich die Ich-Erzählerin mit ihrer Trauer und ihren Gefühlen. Die Schwester ist übrigens kurz nach der Geburt gestorben. Das heißt, die Erzählerin hat sie nie kennengelernt. Sie weiß aber, dass sie nicht auf der Welt wäre, hätte ihre Schwester überlebt. Und auch das, also das Wissen darum, spielt in diesem Buch eine Rolle. Es sind ganz viele Gedanken und Empfindungen, die hier in, aber auch zwischen den Zeilen stecken. Ein zartes und sehr eindringliches Büchlein über Trauer, Schmerz, Zeit, Vergänglichkeit, Verlust, aber auch über Hoffnung, Neubeginn, Trost, Kraft und über das Leben statt nur über den Tod. Und deswegen empfand ich dieses Buch auch nicht als niederdrückend oder deprimierend. Und es ist ein ruhiges und unglaublich poetisch geschriebenes Buch. Irgendwie magisch und wunderschön. Das nächste Buch ist Into the Wild von John Krakauer. Auf Deutsch heißt es In die Wildnis. John Krakauer schreibt hier über Aussteiger. Nicht ausschließlich, aber hauptsächlich geht es hier um Christopher McCandless. McCandless hatte als junger Mann in den 90ern seinen Besitz und alles Geld weggegeben, nur das Nötigste eingepackt und sein Leben als Tramp begonnen. Kurze Zeit später wurde seine Leiche in der Wildnis in Alaska gefunden. John Krakauer hat sehr viel recherchiert für dieses Buch. Er berichtet nicht nur über McCandless als Tramp, sondern versucht auch aufzuspüren, was für ihn überhaupt die Motivation war, ein solches Leben zu führen. Und so lesen wir auch viel über seine Vergangenheit, seine Beziehung zu anderen Menschen. Und es gibt hier auch Aufzeichnungen von McCandless selbst, als er alleine in der wilden Natur war. Ich habe einiges gelernt durch dieses Buch. Ich konnte neue Einblicke und Perspektiven gewinnen. Das gefiel mir sehr gut. Ich denke allerdings auch, dass man ein Grundinteresse, ein kleines bisschen vielleicht auch Faszination für dieses Thema mitbringen sollte, damit dieses Buch einem etwas geben kann. Mir persönlich hat es sehr viel gegeben, sowohl gedanklich als auch emotional. Ich fand es wirklich, wirklich klasse. Ein weiteres Highlight ist Was für immer mir gehört von Maya Angelou. Das ist der zweite Teil in ihrer autobiografischen Reihe, der mich mindestens genauso umgehauen hat wie der erste. Falls ihr den ersten Teil nicht gelesen habt, keine Sorge, keine Spoiler. Maya Angelou berichtet in diesem Teil über lediglich zwei Jahre ihres Lebens. Und zwar von ihrem 17. bis zu ihrem 19. Lebensjahr. Es ist eine Zeit, in der sie im Grunde versucht, selbstständig zu werden, auf eigenen Füßen zu stehen, trotz aller Nachteile als schwarze Frau in den USA, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und noch mit 1-2 Herausforderungen mehr. Aber was für zwei Jahre das waren. Was Maya Angelou alles erlebt hat, ist wirklich fast unglaublich. Über den Inhalt kann und will ich ja nichts Näheres sagen. Deswegen möchte ich stattdessen lieber erwähnen, dass ich es sehr schätze, wie Maya Angelou über ihr Leben schreibt. Eine Offenheit, die ich als sehr aufrichtig empfand. Sie verheimlicht hier nichts, was unangenehm oder vielleicht sogar beschämend sein könnte. Ist aber gleichzeitig auch sehr nachsichtig mit ihrem jüngeren Ich. Das fand ich sehr schön. Und dieses Buch hat, ich war total involviert beim Lesen, es hat in mir so viel ausgelöst. Sie hat mich zum Lachen gebracht, sie hat mich aber auch oft nachdenklich gemacht. Ich habe um sie gebangt, ich war verärgert, erstaunt, erfreut, bewegt, gestresst. Also wirklich alles in allem fasziniert und vollkommen dabei. Eine Biografie als Page Turner, in dem wohl, so glaube ich, für jeden etwas drin steckt. Also wirklich beeindruckend. Wir kommen jetzt zu den Klassikern. Ein Highlight für mich war Lushins Verteidigung von Wladimir Laborkov. Lushin ist einer der weltweit besten Schachmeister. Bald aber entwickelt sich seine Passion, sein Beruf zu einer ungesunden Besessenheit. Er fängt irgendwann an, automatisch bei allem, was ihn umgibt, einen Bezug zum Schach herzustellen. Alles, was er sieht, sind Schachfiguren oder Spielzüge, Schachbretter und so weiter. Und all das ist wirklich real. Für Lushin. Deswegen ist er bald darauf auch sehr ausgelaugt und angespannt und kurz vor einem wirklich schlimmen Nervenzusammenbruch. Ob die Frau, die Lushin in der Zwischenzeit kennenlernt, ihn davor bewahren kann, sich selbst komplett zu zerstören, bleibt abzuwarten. Sie ist auf jeden Fall der einzige Hoffnungsschimmer. Lushins Entwicklung wird hier sehr anschaulich und wirklich gut dargestellt, wie er zunehmend an Realitätsverlust leidet und dann ab einem bestimmten Zeitpunkt auch ohne Schach keine Identität mehr hat. Und so tragisch dieser Roman auch ist, gibt es immer wieder Stellen, die das Ganze etwas auflockern. Man versinkt also nicht im Treibsand der Schwermut. Und das fand ich wirklich sehr, sehr gut und auch sehr ausgewogen. Ein super interessantes Buch, das noch sehr lange Zeit in mir nachhalte über Besessenheit und Wahnsinn. Wie gesagt, wirklich, wirklich toll. Ich habe letztes Jahr zwei Bücher von Charles Dickens gelesen, die ich zuvor noch nicht gelesen hatte und ich konnte mich einfach nicht entscheiden, welches der beiden mir besser gefällt und deswegen muss ich sie beide zeigen. Zum einen schwere Zeiten. Mr. Gretgrind ist überzeugt davon, dass einzig für das fortschrittliche Denken und Leben Tatsachen und Fakten von Bedeutung sind. So etwas wie Kreativität, Gefühle und Fantasie sind absolut sinnlos und müssen generell untersagt werden. Er ist also ein Utilitarist und entsprechend erzieht er seine Kinder und auch seine Schüler. Und das, wie wir später erfahren, nicht ohne Folgen. Sein guter Freund Boundaby, ein Fabrikbesitzer, unterstützt Gretgrinds Ideale. Sein persönliches größtes Ideal allerdings ist der Profit auf Kosten seiner Arbeiter. Er also ist ein Kapitalist. Und wie seine Ausbeutung aussieht, erfahren wir unter anderem durch die Figur Blackpool. Blackpool arbeitet sich für einen Hungerlohn in der Fabrik Boundabys kaputt, betrachtet aber auch die Gewerkschaften eher kritisch. Er hat kein Interesse, sich einer Seite anzuschließen und wird deswegen letztlich das Opferlamm aller. Ich habe bisher zumindest noch kein Buch von Charles Dickens gelesen, bei dem die Kritik so deutlich zum Ausdruck kommt und so sehr im Fokus der Geschichte steht. Er kritisiert hier die gesellschaftlichen wie auch wirtschaftlichen Missstände und Unterdrückungen, also die Industrialisierung und die Habgier des Kapitalismus und wie gesagt auch das Nützlichkeitsprinzip, den Utilitarismus, das alles Lebenswerte und Menschliche unterdrückt. Ein Buch also, das die Probleme und Standpunkte der damaligen Zeit widerspiegelt, die auch heute nicht ganz unbekannt sind. Die Figuren in Dickens Werken werden für mich einfach immer äußerst lebendig und entwickeln ihr Eigenleben. Ein regelrechtes Kopfkino im Kopf. Schwere Zeiten bildet hier keine Ausnahme. Ich mag es unglaublich gerne. Und damit kommen wir zum zweiten Buch. Little Dorrit, Klein Dorrit auf Deutsch. Es geht hier um Klein Dorrit. Ihr Vater sitzt im Schuldgefängnis, weil er seine Schulden nicht begleichen konnte. Und Little Dorrit lebt mit ihm in diesem Gefängnis. Sie allerdings kann tagsüber das Gefängnis verlassen. Und dabei lernt sie dann Arthur Clenam kennen, einen Mann, der vor kurzem erst aus dem Ausland zurückgekehrt ist. Clenam interessiert sich sehr für die Umstände von Klein Dorrit und ihrer Familie. Insbesondere, weshalb der Vater genau in dem Schuldgefängnis gelandet ist. Er versucht also herauszufinden, was wirklich dahinter steckt. Muss aber feststellen, dass es ganz schön kompliziert ist, weil sehr viel mehr Figuren in diese ganze Geschichte involviert sind, als irgendjemand vorher ahnen konnte. Inklusive der Leser. Eine Geschichte also mit einer Vielzahl an bunten Figuren und auch einigen Handlungssträngen, die anfangs auch gar nicht miteinander zusammenhängen und erst mit der Zeit zusammenlaufen und entsprechend auch erst nach und nach das Ganze offenbaren. Ein wirklich toller Roman mit vielen Wendungen und Überraschungen. Und auch hier wieder bin ich fasziniert von der Figurenzeichnung. Sie wurden alle so lebendig für mich, dass ich wieder mit ihnen lebte oder sie mit mir lebten. Ich mag das sehr. Ein sehr, sehr stimmungsvolles und auch sehr mitreißendes Buch, wie ich finde. Hat viel Spaß gemacht. Wir kommen jetzt zu den Graphic Novels. Ich habe letztes Jahr verhältnismäßig wenig Graphic Novels gelesen. Eine stach für mich aber ganz besonders hervor und zwar das Tagebuch der Anne Frank. Ich denke, die Geschichte von Anne Frank ist zumindest in den Grundzügen schon jedem bekannt. Ich muss nicht mehr allzu viel dazu sagen. Anne Frank versteckte sich als 13-Jährige während des Zweiten Weltkrieges vor den Nazis mit ihrer Familie gemeinsam in einem Hinterhaus, weil sie Juden waren. Diese Graphic Novel beinhaltet selbstverständlich nicht das gesamte Tagebuch der Anne Frank. Manche Stellen wurden hier zusammengefasst. Das erklären die Künstler aber auch am Ende des Buches nochmal genauer. Was mir ganz besonders gut gefiel war, wie die Künstler hier bestimmte Gefühle und Gedanken und Situationen zeichnerisch umgesetzt haben. Das fand ich wirklich, wirklich toll. Eine wirklich sehr, sehr durchdachte Umsetzung des Tagebos als Graphic Novel und für mich die Graphic Novel, die am meisten hervorstach letztes Jahr. Und das waren alle meine Highlights von 2020. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Meinung zu meinen Favoriten. Vielleicht konntet ihr auch das ein oder andere Buch erraten. Keine Ahnung. Und wenn ihr möchtet, teilt mir auch gerne ein paar eurer Jahresfavoriten unten in den Kommentaren mit. Ich bin schon ziemlich gespannt, was euch so beeindrucken konnte. Und ja, damit wünsche ich euch wunderbare Lesestunden auf viele weitere tolle Bücher dieses Jahr hoffentlich. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ciao.